Der Film beginnt mit einer dramatischen Szene, in der Menschen aus dem Himmel fallen, darunter auch Dan. Als sie im Wasser landen, taucht Dan mit einer Pistole in der Hand auf und deutet auf bevorstehenden Konflikt hin. Die Erzählung verschiebt sich dann um 28 Jahre zurück und zeigt einen verschneiten Heiligabend im Jahr 2022. Dan Forrester fährt nach Hause und spricht über seinen militärischen Hintergrund, sein Studium an der Cal State und seine Rolle als Biologielehrer an einer High School. Er hofft auf einen neuen Job und ist tief in ein Gespräch vertieft, als er nach Hause kommt. Drinnen sucht er nach seiner Tochter Muri, als seine Frau Emmy um seine Hilfe B.I. den Gästen bittet. Er spricht mit Emmy über seinen Traumjob in einem Labor und sie erinnert ihn daran, später Zeit mit Muri zu verbringen. Draußen erhält Dan schlechte Nachrichten, die seine Hoffnungen zerstören. Drinnen setzt sich Dan mit Muri zusammen und versucht, seine Gefühle zu verbergen. Stattdessen spricht er mit ihr über ihre Zukunft und ermutigt sie, hoch hinaus zu wollen und anders zu sein. Dan hatte eine erfolgreiche Karriere, vom Führen von Soldaten über das Studium an der Cal State bis hin zum Unterrichten. Aber sein Ausbruch deutet darauf hin, dass er auch emotional und impulsiv ist. Dennoch ist er seiner Familie und dem Erfolg von Muri verpflichtet, auch wenn nicht alles nach Plan läuft. Als sich alle darauf einstellen, ein Football-Spiel anzusehen, entsteht plötzlich Unruhe, als Rauch auf das Feld strömt. Aus dem Rauch erscheinen helle Lichter und Elektrizität, gefolgt von Menschen, die behaupten, aus dem Jahr 2051 zu sein. Sie überbringen eine erschreckende Botschaft über eine Alien-Invasion durch Kreaturen namens White Spikes und flehen um Hilfe im zukünftigen Krieg. Monate vergehen und die Welt bemüht sich, Truppen für den Konflikt zu mobilisieren. Die Bilanz ist jedoch verheerend, nur ein Bruchteil der Soldaten kehrt aus der Zukunft zurück. In der Zwischenzeit unterrichtet Dan seine Biologiestunde, kämpft mit desinteressierten Schülern und Fragen nach dem Zweck der Bildung in einer Welt, in der die Zukunft vorbestimmt zu sein scheint. Seine Realität ändert sich abrupt, als er die Benachrichtigung über seine Einberufung erhält. In einer militärischen Bewertungseinrichtung durchläuft Dan ein erschütterndes Verfahren, das sein Schicksal bestätigt. Er ist dazu bestimmt, 2030 zu sterben. Mit wachsenden Zweifeln am Kriegsaufwand und Misstrauen gegenüber den Behörden ringt Dan darum, sich mit seinem bevorstehenden Einsatz abzufinden. Später, im Vertrauen auf seine Frau Emmy, erwägen sie drastische Maßnahmen, um der Kontrolle der Regierung zu entkommen, und suchen B.I. Dans Vater Rat in dieser unsicheren Zukunft. Trotz seiner Zurückhaltung überredet Emmy Dan, Hilfe von seinem entfremdeten Vater im Interesse des Wohlergehens ihrer Familie zu suchen. James arbeitet. James stimmt widerwillig zu, Dans Gerät zu untersuchen, aber ihr Gespräch wird schnell kontrovers. Dans Frustration entlädt sich, als er James mit seiner Abwesenheit während seiner Kindheit konfrontiert und sich nach der Unterstützung und Anleitung seines Vaters sehnt. James verteidigt sich mit seinen Dämonen aus dem Krieg und betont seine Entscheidung zu gehen, indem er behauptet, es sei im besten Interesse der Familie gewesen. Als Dan nach Hause zurückkehrt, versucht er, Emmy über seinen bevorstehenden Einsatz zu beruhigen, aber die drohende Trennung wirft einen Schatten über ihr Gespräch. Dann bricht er die Nachricht an Muri, die durch die Erkenntnis seiner Einberufung am Boden zerstört ist. Er verspricht zurückzukehren und kämpft mit seinen Ängsten und Unsicherheiten, die die Kämpfe seines Vaters mit Kriegstrauma widerspiegeln. Als Dan zum Ausbildungszentrum geht, taucht seine angespannte Beziehung zu seinem Vater wieder auf, gekennzeichnet durch ungelöste Konflikte und gemeinsame Geschichte. Seine Befürchtungen, dem Krieg beizutreten, spiegeln seine Angst wieder, die Fehler seines Vaters zu wiederholen und von seiner Familie getrennt zu sein. Im Ausbildungszentrum schließt er sich einer vielfältigen Gruppe unerfahrener Einberufner unter der Anleitung von Lieutenant Hart an, wo sie sich auf grundlegende Überlebensfähigkeiten anstatt auf Kampfausbildung konzentrieren. Dan bildet eine Bindung zu Charlie, der seinen Hintergrund in Forschung und Entwicklung teilt. Unter den neuen Soldaten ist Dorian, der bereits dreimal im Krieg war. Er ist dafür bekannt, ruhig zu sein und gut zu planen. In einer Besprechung sprechen sie über den Timelink, der wie zwei Flöße auf einem Fluss ist und 2022 und 2051 zeigt. Die Zeit bewegt sich nur zwischen diesen Punkten und sie können sie nicht viel ändern. Sie haben viele Fragen zu den Aliens, aber Lieutenant Hart möchte sie nicht erschrecken, also antwortet er nicht. Die Spannung wächst, als Charlie und Dan über ihre Mission sprechen, bevor sie plötzlich aufgefordert werden zu gehen. Obwohl sie nicht viel wissen, machen sie sich schnell bereit, in die Zukunft zu springen. Probleme mit den Koordinaten zeigen, wie geheimnisvoll die Militärs aus 2051 sind. Ihre Geheimhaltung und mangelnde Ausbildung machen es den neuen Soldaten schwer, im Krieg erfolgreich zu sein. Bemerkenswert ist, dass nur Einzelpersonen in die Zukunft geschickt werden. Ein grundlegendes Überlebenstraining ersetzt eine umfassende militärische Vorbereitung, was die Herausforderungen für die unerfahrenen Einberufenen verschärft. Die Überlegung alternativer Strategien, wie zum Beispiel die Vorbereitung in der Vergangenheit, könnte den Verlauf des Konflikts möglicherweise verändern. Die Entsendung vieler Soldaten in einen scheiternden Krieg erscheint als Zeit- und Ressourcenverschwendung. Es könnte besser sein, sich darauf zu konzentrieren, die Dinge zu stärken, bevor der Krieg beginnt. Das Verständnis, wie der Zeitstrahl funktioniert, ist sehr wichtig. Wenn es 2022 weniger Soldaten gibt, könnte es wirklich schlecht sein, wenn die Aliens kommen. Dan kehrt zurück, fällt mit anderen Einberufenen zu Boden und sieht viele von ihnen sterben. Irgendwie landet er in einem Dachpool und findet nur noch wenige Überlebende. In der zerstörten Stadt Miami treffen sie sich und müssen mit einer schwierigen Situation umgehen. Im Kommandozentrum von 2051 herrscht Dringlichkeit, als der Armeekolonel Rettungsbemühungen leitet. Dan tritt hervor und nutzt sein militärisches Wissen, obwohl einige anfangs an ihm zweifeln. Während sie durch die beschädigte Stadt ziehen, macht sich Dorian Sorgen um die Einbeziehung von Zivilisten. Aber Dan ist entschlossen, ihre Mission trotz der Herausforderungen zu beenden. In einem Forschungszentrum finden sie wichtige Proben, aber die Gefahr ist nah. Sie beeilen sich, um fertig zu werden, bevor die Bomben einschlagen. Mit Jagdflugzeugen, die bereit sind anzugreifen, beeilen sie sich, ihre Aufgabe zu erledigen, in dem Wissen, dass die Zeit knapp wird. Inmitten des Chaos bricht die Befehlsstruktur des Militärs zusammen und selbst der Colonel ist machtlos, um die bevorstehenden Bombenangriffe zu stoppen. Dan und sein Team navigieren durch gefährliches Gelände und stoßen auf einen mächtigen White Spike mit tödlicher Rüstung. Trotz ihrer Tapferkeit steigen die Opferzahlen, während sie ums Überleben kämpfen. Dan ergreift einen kühnen Schritt, stellt sich einem White Spike direkt und setzt unkonventionelle Taktiken ein, um den Angriff abzuwehren. Mit Dorians rechtzeitiger Rückkehr entwickeln sie einen Plan, um die Schwächen der Kreaturen auszunutzen und kostbare Zeit im Chaos zu gewinnen. Sie entkommen den Bombardierungen und sehen sich unaufhörlichen Angriffen ausgesetzt, während White Spikes tödliche Projektile abfeuern. Während sie weiterhin unerbittlich bombardiert werden, treiben sie ihre Überlebensinstinkte voran. Während die Bomben weiterfallen und die Zeit vergeht, wacht Dan in einem Militärstützpunkt auf und steht der harten Realität ihrer Situation gegenüber. Wieder vereint mit Dorian erkennen sie, dass sie die einzigen Überlebenden ihres Teams sind. Dan's Entschlossenheit, seine Kameraden zu retten, steht im Kontrast zu Dorians Fokus auf persönliches Überleben. In einem offenen Moment enthüllt Dorian seine Diagnose mit terminalem Krebs, was ihrem Kampf eine düstere Note verleiht. Eine zufällige Begegnung mit dem Colonel, der die Operationen leitet, enthüllt eine überraschende Verbindung, sie ist Muri, Dan's Tochter. Trotz Dan's Versuchen einer Versöhnung bleibt Muri distanziert und offenbart den bedrohlichen Zustand der schwindenden Menschheitszahlen und ihre entscheidende Rolle im Kampf gegen die White Spikes. Muris Enthüllung über die düstere Zukunft der Menschheit unterstreicht die Ernsthaftigkeit ihrer Mission, doch sie bleibt gefasst und distanziert. Trotz Dan's Wunsch nach Nähe bewahrt Muri ihre Fassung und deutet auf einen tieferen Zweck hinter Dan's Reise in die Zukunft hin, was ihn. Rekrutierer überbringen Dan eine düstere Enthüllung. In ihrer Zeitlinie endet er 2030 und lässt seine Tochter Muri mit 16 Jahren zurück. Trotz Dan's Versuchen, sich zu versöhnen, behält Muri wichtige Details über seine zukünftige Bestimmung zurück. Stattdessen offenbart sie die Bedrohung durch weibliche White Spikes, die für das Überleben des Horts unerlässlich sind. Beauftragt, eine davon zu fangen, begeben sich Dan und Muri auf eine gefährliche Mission zu einem White Spike-Nest. Muri schildert die schnelle Verwüstung durch die Kreaturen und wie sie in drei Jahren die Welt eroberten. Inmitten des Chaos konfrontiert Dan die beklemmende Wahrheit seines bevorstehenden Todes. Aber Muri drängt ihn dazu, das Schicksal ihrer Familie ein Geheimnis zu lassen. Als sie dem erbarmungslosen weiblichen White Spike gegenüberstehen, wird Dans Entschlossenheit auf die Probe gestellt, als er handelt, um seiner Tochter zu helfen. Sie fangen das Weibchen ein und enthüllen die Suche des zukünftigen Militärs nach einem potenten Giftstoff. Dann ringt mit widersprüchlichen Pflichten gegenüber der Zukunft und seiner Familie, während Zweifel an der Einsatzbereitschaft des Militärs bleiben. Muris Schweigen über ihre Familie sorgt für Spannung und führt zu einer offenen Konfrontation über Dans Vergangenheit. Ihre Enthüllung schockiert Dan und konfrontiert ihn mit der Idee seiner Verlassenheit und tragischen Zukunft. Bei ihrer Ankunft in der letzten Zuflucht der Menschheit kämpft Dan mit Zweifeln an Muris Bericht und hält an seiner unerschütterlichen Hingabe zur Familie fest. Doch die Vorstellung von alternativen Zeitlinien wirft Fragen über ihre gemeinsame Vergangenheit auf. Während er Muri Bai ihrer Suche nach einem potenten Giftstoff unterstützt, vertieft sich ihre Bindung im Labor. Trotz seines unausgesprochenen Stolzes über ihre Leistungen bleibt ihre Beziehung angespannt. Auf der Suche nach Klarheit über seine Bestimmung konfrontiert Dan Muri, was zu einer Enthüllung führt, die ihn zutiefst erschüttert. Die Erkenntnis, dass das Gift für die Vergangenheit bestimmt ist, stellt Dans Überzeugungen über Schicksal und Erlösung infrage. Mit der Realität von Muris Plan ringend kämpft Dan mit Unglauben, als er erkennt, dass sie ihn bittet, den Verlauf der Geschichte zu verändern und den verheerenden Krieg zu verhindern, bevor er überhaupt stattfindet. Mit feierlicher Entschlossenheit stimmt Dan zu, das Gift zurück in die Vergangenheit zu bringen, mit dem Versprechen für Muri zurückzukehren. Inmitten der Dringlichkeit ihrer Mission wird ein Durchbruch erzielt, als das Gift wirkt. Doch ihr Triumph ist von kurzer Dauer, als der weibliche White Spike erwacht. In einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit kämpfen Dan und Muri darum, das Fläschchen mit dem Gift zu sichern und sicherzustellen, dass Dan sicher in die Vergangenheit zurückkehrt. Muris Enthüllung enthüllt eine harte Wahrheit. Der Schlüssel zum Sieg liegt nicht darin, den Krieg zu gewinnen, sondern seine Entstehung von vornherein zu verhindern. Während sie durch das Chaos navigieren, stellen sich Dan und Muri den überwältigenden Quoten. Ihr Weg ist von mit der Einrichtung von den White Spikes belagert. Kämpfen sie tapfer. Jeder Schritt bringt sie ihrem Ziel näher. Tragödie schlägt zu, als Muri schwer verwundet wird. Ihr selbstloses Opfer betont die Tiefe ihres Engagements für die Sache. In einem Moment der Verletzlichkeit drückt Muri Bedauern über ihre vergangene Härte aus und findet Trost in den flüchtigen Momenten des Glücks, die sie mit Dan geteilt hat. Als die Brücke einstürzt und die Gefahr näher rückt, zwingt Dans unerschütterliche Entschlossenheit ihn dazu, Muri hinterherzuspringen und in die unbekannten Tiefen des von White Spikes verseuchten Pools zu stürzen. Als die Zeitlinie aktiviert wird, wird Dan zurück ins Jahr 2022 transportiert. Zurück zu einem zerbrochenen Zeitlink und einer Welt, die von den White Spikes überrannt wird, vereint sich Dan mit den überlebenden Kameraden, insbesondere Charlie. Gequält von dem Opfer seiner Tochter steht Dan vor der enormen Herausforderung, die vor ihm liegt. Die Begegnung mit der lebendigen Muri ruft widersprüchliche Emotionen hervor, bietet sowohl Trost als auch eine harte Erinnerung an die Schrecken der Zukunft. Dan teilt seine Geschichte mit Emmy und ringt mit der plötzlichen Bedrohung durch die White Spikes und dem dringenden Handlungsbedarf. Auf der Suche nach Klarheit rekrutiert er die Hilfe von Dorian und Charlie und entdeckt eine überraschende Erkenntnis, das Vorhandensein von asischer Vulkanasche unter den White Spikes. Um tiefer zu graben, erinnert sich Dan an Martin, einen ehemaligen Schüler, der über solche Dinge Bescheid weiß. Mit Martins Fachkenntnissen verfolgen sie die Anomalie bis zum Jahrtausender Option 946 nach Christus. Eine verblüffende Offenbarung taucht auf, die White Spikes haben nicht gegraben, sondern sind unter dem Eis hervorgekommen, nachdem sie Äonen langruten. Dan und seine Begleiter nähern sich den Spezialeinheiten und drängen sie, Maßnahmen gegen die Aliens zu ergreifen. Sie stoßen jedoch auf Widerstand vom Leiter der Operation, der sich weigert, angesichts der ernsten Umstände irgendwelche experimentellen Verfahren zu genehmigen. In seiner Verzweiflung erinnert sich Dan daran, dass sein Vater Zugang zu einem Flugzeug hat und vielleicht bereit ist zu helfen. Er erklärt seinem Vater die Gefahr, der seine Enkelin, die Oberstleutnant ist, durch die Aliens ausgesetzt ist. Zusammen mit Leutnant Hart und einem Team, das mit Toxinkopien bewaffnet ist, kommen sie an der Stelle an, an der die Aliens unter dem Schnee schlummern. Dan wagt sich unter die Erde, um die Kammer der Aliens zu lokalisieren und erkennt, dass sie bald erwachen und eine Bedrohung für die Menschheit darstellen werden. Dans Freund schlägt vor, Sprengstoffe zu zünden, um sie alle auszurotten. Draußen, um zu verhindern, dass die Aliens entkommen, während Dan unter der Erde bleibt. Als eine große weibliche Alien sie bedroht, nutzt Dan das Toxin, um sie zu verletzen und ihre Verwundbarkeit aufzuzeigen. Als er seinen Vater in Gefahr sieht, erkennt Dan die Tiefe der Liebe und des Opfers seines Vaters. In einer kühnen Bewegung lockt sein Vater das Alien weg und opfert sich, um Dans Sicherheit zu gewährleisten. Als er aus der Tiefe auftaucht, sieht er das Alien, das seinen Vater angreift und setzt das Toxin schnell ein, um es zu eliminieren. Mit der neutralisierten Bedrohung kehrt Dan mit seinem Team sicher nach Hause zurück, wo sich auch sein Vater ihnen anschließt. Sie vereinen sich mit Freude und Geloben, zusammenzubleiben, was ein glückliches Ende und eine sichere Zukunft garantiert.